Na sowas, lass mich raten. Kapuschke, alter Junge, das ist ja eine Überraschung. Wie komm ich denn zu dieser Ehre? Joff. Leg erstmal deine Herren-Oberbekleidung ab. Kann ich dir etwas anbieten? Vielleicht ein Weichkäsehäppchen oder ein Tofu-Heißmark-Würstchen? Hm? Joff. Weißt du was? Ich aktiviere mein Flüssigkeiten-Heißmark-Gerät und setz uns einen Malve-Tee auf. Biologisch angebaut, natürlich. Oder soll ich dir ein profanes Bier eröffnen? Joff. Noch besser, ich hol dir einen frisch gejuicen Energizer aus. aus dem Kühlmöbel. Joff. Also seitdem ich ovolaktischer Veganer bin, ernähre ich mich ausschließlich von probiotischem Functional Food. Sag mal, arbeitest du noch in dieser Frittenbude am Bahnhof? Joff. Komm, wir setzen uns gemütlich in meine neue aufblasbare Sitzgruppe aus Polyvinylchlorid. Alles nach Feng Shui eingerichtet. Was hältst du davon? Joff. Ich muss dir meine neue Dolby Surround-Anlage vorstellen. Dolby, das ist Kapuschke, Kapuschke, das ist Dolby. Ein Anekdötchen in Ehren kann niemand. Ja, du weißt schon, verwehren, nicht wahr? Joff. Ach, dieser enorme Raumklang und das Design und diese formschönen Drehknäufe mit den Lapislazuli-Applikationen machen dieses Kompakt-Disketten-Abspielmöbel wirklich zu etwas ganz Besonderem. Joff. Du, während mein indischer Mental-Sampler läuft, können wir ja eine kleine Sighting-Tour durch mein Lebensabschnitts-Domizil unternehmen, nicht wahr? Joff. Links der Hygiene- und Wellnessbereich, natürlich mit fließendem Wasser aus glücklichen Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Wie fändest du die Farbgestaltung meiner Badkeramik? Magenta und Umbra gehen jedoch, man kann sagen, eine Lebensbeziehung ein. Total stylish, oder? Joff. Auch im Sleep-and-Relaxing-Room halte ich nichts von Zweitwertmöbeln. Nein, nur afrikanisches Edelgehölz und Erzeugnisse der Seitenspinnerraupe gehören einfach zum Lifestyle. Und dieses Ensemble hält mein inneres Karma im Gleichgewicht. Sag mal, bewohnst du eigentlich noch diesen Unterschlupf in der Plattenbausiedlung? Joff. Schön, du, ich muss jetzt aber los zum Fatburn Stepping ins Fat-and-Fun-Studio. War nett, dich wieder mal zu sehen und ich finde, seitdem du den Rhetorik-Kurs in der Volkshochschule besucht hast, kann man sich ausgezeichnet mit dir unterhalten. See you! Joff. Arschloch. 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 Vielen Dank.